Es gab viele verschiedene Dinosaurier. Diese haben etwa 170 Millionen Jahre lang auf der Erde gelebt. In dieser sehr langen Zeit lebten aber nicht immer dieselben Dinosaurier. Denn die Lebensbedingungen änderten sich in diesen vielen Jahren immer wieder. Einige Dinosaurierarten sind dadurch ausgestorben, andere haben sich dafür neu entwickelt. Vor ungefähr 66 Millionen Jahren sind dann die Dinosaurier ausgestorben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass damals ein Asteroid auf der Erde eingeschlagen ist. Ein Asteroid ist ein riesiger Felsbrocken aus dem Weltall. Durch den heftigen Einschlag soll es zu riesigen Wellen gekommen sein. Grosse Landesteile wurden überschwemmt. Zudem wurde viel Staub in die Luft gewirbelt, der den Himmel verdunkelt hat. Die Wissenschaft denkt auch, dass es zu dieser Zeit viele Vulkanausbrüche gab und dicke Aschewolken die Luft verschmutzt haben. Auch dadurch wurde der Himmel dunkel. Die Folge? Die Sonne ist kaum mehr durch die dicke und dunkle Wolkenschicht gekommen. Ohne die wärmenden Sonnenstrahlen wurde es sehr kalt auf der Erde. Viele Pflanzen konnten nicht mehr wachsen oder sind abgestorben. Pflanzenfressende Dinosaurier konnten kaum noch Nahrung finden und verhungerten. Dadurch fehlte auch den fleischfressenden Dinosauriern ihre Beute. Aber nicht alle Tierarten sind damals ausgestorben. Die heutigen Vögel stammen zum Beispiel von einer Art der zweibeinigen Dinosaurier ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017